Willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Bros. 2. Und wir sind schon ziemlich weit am Ende. Ja, und ich habe keine Pause gemacht, ich habe nur eben gerade in Outer City die Datei exportiert, genau. Das hat ein bisschen gedauert, so eine Minute oder so. Dann haben wir in das noch schon was getrunken und jo, wir machen jetzt weiter. Und ich versuche einfach mal dieses Ding hier zuzulassen. Und einfach mit diesen beiden... Hm, Mist. Die laufen nur bis dahin, oder? Ja, die laufen echt nur bis dahin. Das ist natürlich scheiße. Oder kann ich mir einen von euch nehmen? Fuck you. Ich glaube, ich muss... Wirklich? Boah, das war so eine gute Idee von mir, ne? Warum kriege ich nur hier diese Scheiße jetzt? Ich finde das voll unfair. Hier ist wahrscheinlich eine Bombe, ja. Ja, blöd, wenn da jetzt keine gewesen wäre. Eine Shell! Gut. Es ist so fucking rot, ne? Übelstes Augenkrebs. Äh. Okay, der kommt da nicht weiter, das ist schön. Alter. Da, du Podcast. Der kommt ein bisschen von Krabbe, wo es geht. Das ist so, dass ich jetzt nicht mehr. Agnelles und Tja. Ich bin aus dem Krabbe. Oh, was ist das denn hier? Was? Ich stand da doch nur rum. Von ganz oben, ne? Natürlich. Ich könnte jetzt auch eigentlich warten, bis da drei rauskommen. Weil dann ist ja anscheinend der Speicher voll und dann gehe ich einfach... Nee, geht nicht. Scheiße. Hm. Dann hätt's ja mal probieren können, ne? Also, ich hab's ja probiert. So. Da ist jetzt direkt mal Schicht im Schacht. So. Das nehm ich mit, auf jeden Fall. Für den Fall der Fälle. Oh, gut, dass ich da jetzt nicht gestorben bin, ey. Ähm, warum läufst du hier hin? Nein. Ach. Jetzt kommt der nochmal, ne? Natürlich. So. Jetzt gehe ich hier lang. So. Ganz langsam. Ich kann nie mitnehmen. Schade. Okay. Ich höre schon wieder Bossmusik. Äh. Äh, fuck, ich weiß nicht. So. So ist gut. Jetzt komm hier runter, bitte. Fuck. Guck mal hier vorne hin, bitte. Scheiße, Mann. So. Hm. Ich weiß nicht, wie weit ich fliegen muss. Okay. Aber jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Man kann von dem Teil abspringen. Ich bin doch am überlegen, ob ich den abschmeißen soll. Ich weiß nämlich nicht, ob dann dieser fliegende Teppich da bleibt. Bleib da. Schön. Eine Uhr. Ich hole mir den neuen. Bäh. Scheiße. Das war Glück. Fuck you. Man konnte doch da drauf laufen. Hätte ich das mal gewusst. Ah. Okay. Dann laufe ich wahrscheinlich doch da drüber. So. Einen nehme ich mir mit, dann kann ich den da unten direkt kaputt machen. Oder auch nicht. So. Ah. Das ist echt ein doofes Level hier. kill. Welle. Wofür weg. Keine ganz coughes Punkte. Hallo. Wenn ich das richtig benutze. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 So, schieß. Bitte. Mist, drüber geschmissen. Yes. Puh. Ah, yo. Oh, es gibt ja noch einen Boss. Guten Tag. Okay, Nummer eins. Herr Krabbi schmeißt also Steinchen. Ja. Ja, nicht so hoch, du Idiot. Mist. Okay, anscheinend aber fünfmal treffen. Aber wir müssen jetzt wieder bei dem landen. Hab ich den getroffen? Oh, okay. Okay. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich da jetzt einfach runterplumpse. Okay, ich brauch noch ein paar Leben. Das wär ganz gut. Mist. Fuck, ey. Yes! Hat jetzt aber lang genug gedauert, dass ich da hingeglotzt hab, ey. Okay. 20 Leben. Sehr gut. 6,1. Wüstengegend. Da bin ich grad selbst reingesprungen. Ein Trank. Neh mal mit nach oben. Dass dieses Ding durch alles durchfahren kann, ne? Ficken! Mitnehmen. So. Trank wiederholen. Na ja. Wo soll ich das Ding denn hin tun? Als ich da nicht getroffen wurde, ist auch wieder so eine Sache für sich. Okay, machen wir das hier hin, schnell. Oh, Peach. Okay, das geht sogar nochmal hier. Boah, warum wurde ich nicht getroffen? Egal. Okay, alles nur Gemüse. Was ist das denn hier? Ja gut, dann werde ich getroffen. Mano. Oh. Ja gut. Okay. Okay.